Ja, oh mein Gott, ich habe gerade irgendwas gemacht. Ich habe gerade irgendeinen Stock hier rum. Ja, auf jeden Fall wollte ich nochmal sagen, bin ich jetzt angekommen, hier im Bahnhof. Also nicht im Bahnhof, aber hier vorne, wieder so wie immer. Nächsten Samstag werde ich wahrscheinlich wieder Nachmittag gehen, oder doch, ich weiß es nicht. Also da muss ich mir auf jeden Fall, und ja, weiß ich ja nicht, bis später, wann der nächste Zug kommt.